Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von Referenzabhören euren Mix verbessern könnt. Dazu jetzt mal eine kurze Einleitung, was sind denn überhaupt Referenzabhören? Eine Referenzabhöre ist im Prinzip alles andere als deine Standard Studio Abhöre. Dazu gehören solche Bügelkopfhörer, kleine Kopfhörer, solche Earplugs, aber auch Küchenradios oder euer Autoradio und die professionelle Variante von Referenzlautsprechern ist hier so ein Mixcube und die findet man auch in ganz vielen Tonstudios als alternative Abhöre. Solche kleinen Lautsprecher wie zum Beispiel dieses Küchenradio hier wirken natürlich auf den ersten Blick ziemlich crappy und ihr fragt euch, warum sollte ich meine Musik über solche schlechten Lautsprecher abhören oder abmischen. Aber es gibt ein paar entscheidende Gründe dafür. Grund Nummer eins ist die Macht der Gewohnheit. Wenn ihr längere Zeit an eurem Mix arbeitet, dann gewöhnen sich eure Ohren irgendwann an die Musik und an das Audiomaterial. Und es fällt euch von Zeit zu Zeit immer schwerer, genauere Entscheidungen in Bezug auf Lautstärkeverhältnisse oder Dynamikschwankungen zu treffen. Deshalb macht es Sinn, zwischendurch mal auf ein anderes Lautsprechersystem oder auf Kopfhörer zu wechseln, damit ihr eure Ohren wieder in irgendeiner Form zurücksetzen könnt und einen anderen Klangeindruck von eurem Mix, von eurer Musik bekommt. Grund Nummer zwei. Euer Mix sollte massenkompatibel sein. Die meisten Verbraucher da draußen hören ihre Musik über Handy-Lautsprecher, über Laptop-Lautsprecher oder eben über solche Küchenradios oder im Auto. Und ihr wollt ja sicher gehen, dass euer Mix auch auf genau solchen System funktioniert. Deswegen solltet ihr solche Referenzabhörer auch im Studio verwenden. Solche kleinen Lautsprecher wie dieser Mix Cube hier haben nur einen Treiber, also einen Lautsprecher. Und die können die Tiefen, also den Bassbereich und die hohen Höhen gar nicht abbilden, sondern nur die Mitten. Und die Mitten sind auch das Entscheidende, denn Handy-Lautsprecher und solche Crafty-Küchen-Lautsprecher hier können wie gesagt hauptsächlich den Mittenbereich abbilden. Grundnummer drei mit solchen Referenz-Abhörsystemen zu arbeiten ist die Mono-Kompatibilität. Wenn ihr so ein Mix Cube oder so ein Küchenradio habt, dann könnt ihr das an die Seite oder in die Mitte von eurer Abhörposition stellen und damit wunderbar checken, ob euer Mix auch in Mono funktioniert. Wenn man im Auto sitzt oder irgendwo in der Gastronomie oder in der Küche, wo die Lautsprecher ein bisschen weiter weg stehen, ist der Eindruck, den man bekommt, der Höreindruck, meist in Mono und nicht in Stereo. Wie mischt man jetzt am besten über solche Referenz-Abhören und worauf solltest du dabei achten? Wenn ihr einen Monitor-Controller habt, dann könnt ihr easy zwischen den Abhörsystemen hin und her switchen. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einem zweiten Kopfhörerausgang machen und so ein Mix Cube quasi an den zweiten Kopfhörerausgang einfach anschließen. Ihr könnt beim Mischen auch über eine Referenz-Abhöre starten und zum Beispiel zuerst mit eurem Mix Cube die groben Lautstärkeverhältnisse und Dynamik-Schwankungen anpassen und erst dann umswitchen und über eure Studio-Lautsprecher das Low End und die Höhen mischen. Es macht auch Sinn, während des Mischprozesses immer mal wieder zwischen den verschiedenen Systemen hin und her zu schalten und auch mal mit Kopfhörern zu mischen, da viele Verbraucher, wie schon angesprochen, auch über Kopfhörer hören. Eine wunderbare Alternative zum Referenz-Abhören im Studio ist das Checken eures Mixes im Auto. Dazu zieht ihr den fertigen Mix einfach auf den Stick, auf euer Handy oder auf eine CD und hört die Musik mal im Auto an, macht euch nebenbei ein paar Notizen, geht danach ins Studio und ändert erst dann die Sachen, die euch dabei aufgefallen sind. So kommt ihr auch nochmal aus dem Studio raus, von eurem Mix weg und könnt euch nur auf die Musik konzentrieren, ohne direkt dabei an irgendwelchen Fadern zu drehen oder irgendwas zu verändern. Und ja, dann kommt ihr eben, wie gesagt, erst danach ins Studio und ändert die Parameter dann. Das war's auch schon zum Thema Referenz-Abhören und wie ihr damit euer Mixing verbessern könnt. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr zu Hause vielleicht auch noch so ein altes crappy Küchenradio rumstehen habt, dass ihr vielleicht sogar per AUX-Kabel an euer System anschließen könnt. Dann habt ihr eine wunderbare, günstige Alternative, um euren Mix auch nochmal über so einen kleinen Lautsprecher-Referenz zu checken. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Ciao!